Welche Partei sollte ich wählen? Welche Partei sollte ich wählen, wenn ich Christ oder Christin bin? Hat Gott einen Vorschlag oder vielleicht sogar eine Anweisung, welche Partei ich wählen sollte? Darum geht es in diesem neuen Predigtäppchen. Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Predigtäppchen. Keine Ahnung, ob wenn du das Video gerade siehst, für dich das ein Thema ist, ob eine Wahl ansteht oder dergleichen, oder ob du dich mal so allgemein informieren wolltest. Aber vielleicht hast du dir die Frage ja schon mal gestellt. Wenn Christen oder Christinnen wählen, hat das was mit ihrem Glauben zu tun? Hat Gott vielleicht eine Idee oder einen Vorschlag, wen man wählen sollte oder wen man nicht wählen sollte? Oder hat er sogar weniger einen Vorschlag oder weniger eine Anweisung? Wählen eigentlich alle Christen und Christinnen das Gleiche? Die kurze Antwort lautet, also auf die letzte Frage, nee, ganz sicher nicht. Und ich werde dir heute auch nicht empfehlen, welche Partei du wählen sollst. Aber ich glaube trotzdem, dass es, wenn es um quasi den eigenen Glauben und Wahlen geht, ein paar wichtige Grundsätze gibt oder ein paar Dinge gibt, die zu beachten sind. Das erste ist, aus christlicher Sicht, aus biblischer Sicht, muss man wohl sagen, dass die Grundannahme ist sowas wie, also Gott regiert die Welt. Ja, er ist quasi ganz oben. Aber das bedeutet nicht, dass man als Christ oder Christin sagt, oh, dann gehe ich nicht mehr wählen und Gott macht das schon, der Rest ist mir egal. Zum Beispiel gibt es im Neuen Testament eine Geschichte und da wird Jesus gefragt, hey, sollen wir eigentlich quasi die Steuer zahlen, ja, oder zahlt ihr die Steuer? Und dann holt Jesus eine Münze raus und sagt, hey, welches Bild seht ihr hier auf dieser Münze? Und auf der war das Gesicht eines Kaisers quasi so drauf gemacht. Und darauf gemacht ist eine sehr schöne Beschreibung. Und er sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und ich finde das eine schöne Geschichte, weil aus meiner Sicht Jesus damit sagt, hey, auch ich, Jesus, der Sohn Gottes, ich respektiere und akzeptiere, dass es so etwas wie ein, also Staat, in dem Sinne gab es damals nicht, aber dass es etwas gibt, wonach die Welt funktioniert, nach menschlichen Verwaltungs- und Organisationseinheiten. Deswegen verstehe ich das auf keinen Fall so, dass Jesus oder wir als Christen und Christinnen heute irgendwie nichts damit zu tun haben, wie gewählt wird, wie regiert wird, sondern wir bringen uns dort mit ein. Wohl wissend, dass eine Etage oben höher immer noch ein Chef mehr sitzt. Aber heißt für mich als ersten Schritt, natürlich gehen wir wählen und haben Anteil an der Art und Weise, wie unsere Welt gestaltet wird als Christen und Christin. Und wenn man sich dann überlegt, wie man wählt oder wen man wählt, eher wie, ist vielleicht nicht so die wichtige Frage, dann ist mir eine Geschichte eingefallen und zwar das Buch Ruth. Die Geschichte ist mir nicht eingefallen, die steht in der Bibel, die habe ich mir nicht ausgedacht. Und ich finde das sehr bezeichnend. Das ist eine relativ, also auf eine Art eine unbekannte Geschichte, die hat es aber mega in sich. Und wenn du nur ein bisschen Zeit und Lust hast, ich kann dir echt empfehlen, diese Geschichte einmal zu lesen oder im Überblick auf Wikipedia oder so. Und für mich steckt da ziemlich viel drin. Beispielhaft, was Maßstäbe sind, wo man sagen könnte, an denen orientiere ich mich, wenn ich wählen gehe als Christ oder Christin. Zum Beispiel lese ich in der Bibel bei Jesus, aber eben beispielhaft auch im Buch Ruth, dass es Gott um eine Gesellschaft geht, um eine Gemeinschaft der Menschen geht, in der spätestens im Notfall keine Grenzen mehr gelten. Also ja, irgendwie, es gibt Grenzen, es gibt verschiedene Staaten, es gibt Regeln, die gelten hier und die gelten dort. Und ich glaube nicht, dass Gott das alles aufbricht und aufweichen will, so per se. Aber im Buch Ruth, glaube ich, ist sehr deutlich erkennbar, dass bei Gott am Ende des Tages Grenzen keine harten Grenzen sind, sondern bestenfalls etwas, was helfen soll, damit die Welt funktioniert. Deswegen, aus meiner Sicht, ein Ansatzpunkt quasi, wenn man sich überlegt, wen möchte ich wählen oder wen nicht, dann glaube ich, dass die Frage, wie hart zieht diese Partei eigentlich Grenzen, ein Kriterium sein könnte. Denn ich glaube, der Gott der Bibel ist einer, der am Ende des Tages nicht zu 100 Prozent auf allen Grenzen beharren würde. Zweiter Punkt, auch aus dem Buch Ruth, aber ich finde auch bei Jesus sehr gut erkennbar, ist, da geht es um das Miteinander und dass dieses Miteinander, also ein Mindestmaß an Menschlichkeit, an Barmherzigkeit, Verständlichkeit hat. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie alle einfach nur lieben sollen und dass irgendwie alles immer okay ist. Ja, ich meine, nicht so eine Larifari-Sache. Aber Jesus war jemand, der nicht nur Grenzen überschritten hat, sondern der diese Grenzen auch mit Liebe überschritten hat. Deswegen, wenn du dich vielleicht fragst, wen kann ich wählen oder wen sollte ich wählen oder was würde Gott dazu sagen? Ich glaube, das ist auch so etwas wie ein Marker, an dem man sich orientieren kann. Herrscht bei dieser Partei oder bei den Werten, die diese Partei vertritt, ein gewisses Maß an Liebe zu den anderen Menschen. Und das Dritte, das mag ein bisschen überraschend kommen und ich weiß, dass auch viele Christen und Christinnen das gerade anders sehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die haben das Buch Ruth nicht gelesen und die haben auch nicht den Stammbaum von Jesus gelesen. Ich glaube, dass es im Sinne von Jesus und im Sinne von Gott ist, eine große Offenheit für verschiedene Lebensformen zu haben. Und dass nicht eine bestimmte Form, irgendwie Mann und Frau und zwei Kinder, die von Gott geheiligte Form sind. Ja, ich glaube, dass es im Sinne von Jesus ist, wenn man eine gewisse Offenheit hat, für eine bunte Palette an Lebensformen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwas völlig Absurdes und irgendwas, wo man sagt, das ist auch völlig krank. Also jetzt, ich rede nicht davon, wenn Menschen anfangen, irgendwie mit Tieren zwölf Frauen, drei Häusern und im Auto eine Beziehung zu führen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Also, ja, wir müssen das nicht irgendwie überziehen, dieses Argument. Aber ich lese im Buch Ruth und bei Jesus, dass er eine Offenheit hat für Lebensformen von Menschen und nicht aufgrund von Sexualität oder von der Art und Weise, wie Menschen ihr Leben gestalten, diese ausgrenzt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das sind wieder Grenzen, die Jesus überschreiten würde, die Gott überschreitet. Auch das, denke ich, ist ein Marker. Oder kann man sich anschauen, wenn man sich überlegen möchte, welche Partei könnte ich wählen oder nicht? Also, Grenzen, Liebe, Offenheit. Das sind für mich Stichworte, wo ich sage, die lese ich in der Bibel, wenn es darum geht, wie Gesellschaft gestaltet werden soll. Und am Ende sind es Parteien, die ja auch ganz klar Gesellschaft mitgestalten. Am Ende sind wir das als Menschen. Okay, aber wir wählen Menschen, also andere Menschen, die für uns entscheiden, die Regeln aufstellen. Deswegen, ich glaube, es ist eine entscheidende Frage, welche Menschen stellen die Regeln für unser aller Zusammenleben auf. Und ich glaube, dass das auch eine durchaus, wenn man das so sagen kann, christliche Aufgabe ist, da mit dabei zu sein. Und bestenfalls möglichst viele der guten Ideen Gottes für unser aller Zusammenleben mit einzubringen. Und sei es so mit einzubringen, dass ich versuche, so zu wählen, dass möglichst viele gute Ideen Gottes für unser aller Zusammenleben dann auch umgesetzt werden. Und dazu gehört aus meiner Sicht, dass Gott möchte, dass wir Grenzen überschreiten. Und ich meine, es ist nicht im kriegerischen Sinne, dass wir offen sind für eine bunte Palette an Lebensformen und dass wir vor allem uns mit Liebe begegnen. Punkt. Ich hoffe, da war was für dich dabei oder es hat Sinn ergeben. Gerne kommentieren, anmerken, weiterdenken und so fort und so weiter. Und nächste Woche am Freitag gibt es eine neue Folge Predigtäppchen. Bis dann. Ich hoffe, da war es nicht.